hallo und herzlich willkommen mein name ist chiki boink und das ist mass effect andromeda auf dem planeten welt und ich bin mir noch ja das sollte die karte eigentlich werden so was unser nächstes ziel wird was haben wir hier augen auf dem boden nach hyria reisen moment ja dann müssen wir den planeten verlassen oder gut das wollen wir jetzt nicht steine klopfen haben wir hier eine hoffnung vor der spur auf welt im notsystem der widerstand treffen das könnten wir tun wo geht es hier noch weiter erinnerungsauslöser dann haben wir diverse aufklärungsposten gegenseitige gefallen aber das ist alles weit weg es gibt viel zu tun fibi geheim projekt die reltech von der relikt stadt auf wild beschaffen ok eins nach dem anderen erstmal eine hoffnungsvolle spur wird sich wieder nintendo switch gewöhnt weil da ist nämlich die b taste die a taste und zur bestätigung da und hier beim xbox pad ist es umgekehrt aber wir möchten erst mal da lang ok wie kommen wir jetzt dahin ich guck mal vielleicht finden wir einen weg das ist schon mal falsch das haben wir hier noch dem können wir reden das noch ein ok gehen wir mal hierhin schon auf dem weg sind ein bisschen ruckelig vom nachladen vermutlich das gibt sich gleich kann ich etwas für sie tun sind sie der ausrüstungsoffizier ich habe gehört es gäbe probleme mit ihren vorräten was für ein unsinn ich weiß ja nicht was genau sie gehört haben aber alles läuft bestens ich habe die nachrichten an sie gelesen was verbergen sie reden sie leiser diese informationen dürfen nicht nach außen dringen niemand weiß dass keine lieferungen mehr eintreffen wenn sich das rum spricht wird die moral drastisch sinken ich muss der sache unauffällig nachgehen haben sie irgendwelche spuren nicht viele die vorräte erreichen zwar den planeten aber nicht unsere basis die naheliegende antwort sind die cat sabotage ist genau ihr stil wir haben den übergabe ort schon gewechselt aber das hat nichts gebracht ich kann niemanden los schicken um der sache nachzugehen ohne dass sich das rum spricht aber ich fürchte letzten endes wird es sich nicht vermeiden lassen seien sie einfach ehrlich oder ich überprüfe das für sie ich kann mir den übergabe ort gerne mal ansehen dann wird auch keine unruhe aufkommen ich kann keine offizielle suchaktion genehmigen aber ich kann sie auch nicht davon abhalten eigene nachforschung anzustellen der nachpunkt des letzten übergabeortes ist in meiner persönlichen konsole gespeichert und sie scheinen sich ja mit entschlüsselungen auszukennen insofern überlasse ich alles andere ihnen entschlüsselung abgeschlossen pathfinder ich aktualisiere ihr nach system mit dem übergabe ort davor hätte wo finden wir die denn irgendwo draußen aber wir müssen eh nach draußen was ist denn dieses ausrufezeichen da hinten noch egal die temperatoren liegen unter dem gefrierpunkt und sinken weiter ja kein problem lebenserhaltung ist in diese einblendungen nerven sie nerven einfach nur da ist der übergabeort okay da kommen wir hin oder muss ich damit man mit dem nomad hin okay sam was hält wohl für uns bereit die kett aktivität scheint sich um diesen großen zentralen kommandoposten herum zu konzentrieren laut information des widerstands koordiniert die basis alle militärischen aktionen der kett auf wohnt und wenn wir sie ausschalten sind ihre operationen lahmgelegt theoretisch ja aber angesichts der probleme die der angara widerstand bei der infiltration der basis hatte dürfte das keine leichte aufgabe werden ich empfehle ein vorsichtigeres vorgehen das mit der untersuchung kleinerer kett anlagen beginnt was ist mit den angara dem widerstand wie ist deren status die nachrichten des widerstands deuten darauf hin dass jemand in hizara hilfe benötigt wir könnten technik besuchen einen größeren und etablierteren dar der angara in der nähe klingt gut danke sam pathfinder die temperatur auf bord liegt überall weit unter dem gefrierpunkt in manchen gebieten ist das sogar noch unwirtlicher das macht den einsatz des nomads unbedingt erforderlich ich rate von längeren aufenthalten in der kälte dringend ab verstanden nicht den wagen schrotten unsere scans haben monolithe der relikte geordnet was die anwesenheit eines gewölbes nahe liegt und das heißt wir können diesen eiswürfel vielleicht zum schmelzen bringen okay damit ist klar was wir zu tun haben legen wir los wo ist mein gefährd das gefährt endlich 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 so wir fahren jetzt erst mal runter und danach hierhin eine offene spur die jahre möchte ich auch gerne hin ich registriere einen erheblichen temperatursturz seien sie bitte vorsichtig leider vertrauen sie mehr folgen sie den lichtern reiter das ist so die frage wo kommen wir denn jetzt hier hin nach die jahre okay der leitet mich dann jetzt da lang okay mach ich weiß nicht was ich alles machen soll okay dann gehen wir erst nach die jahre den plan schon dreimal über bord geworfen werden wie war das noch mal schwingen hüpfen das ding ist ja widerstandsfähig das schlimmste haben wir überstanden ab jetzt sollte die temperatur erträglich sein oh ganz schön viele gegner hier wir kommen durch hier drüben fahr schon vielleicht mein fahrzeug im arsch mist das war echt das war nicht gut das war echt das war echt das war echt Da ist noch einer. Wo zur Hölle ist der hin? Da oben irgendwo? Da. Nun denn. Erste Bewährungsprobe bestanden. Ich bin voller Schnee. Jetzt wo diese Cat tot sind. Ach, ich dachte ich könnte sie auf den anderen Weg locken. Wenn sie nicht gekommen wären, wären sie jetzt auf halbem Weg zu unserem Lager. Wie schwer sind sie verletzt? Schaffen sie es zurück? Es wird witzig aussehen, aber ich kann gehen. Und ich kenne einen Geheimweg zum Lager. Gerade breit genug für eine Person. Ich komme schneller zurück als ihr Rover. Was machen sie hier draußen? Ich bin nur eine Späherin. Ich soll dafür sorgen, dass die Cats sich hier draußen verirren und nie mehr zurückfinden. Aber sie waren besser vorbereitet als erwartet. Ich war... Ich war unvorsichtig. Hm. Nun gut, aber... Haben die Cat den Widerstand bis hierher verfolgt? Nein, nein. Die Mistkerle haben einen Signalblitz gesehen und waren zu stur, ihn zu ignorieren. Sie haben ihnen keine Zeit gegeben, Meldung zu machen. Ihre Vorgesetzten wissen nur, dass sie in einem Schneesturm verschollen sind. Wir müssen weiter. Los, los. Ich schiebe noch die Cat-Leichen von der Clipbit, bevor ich zurückgehe. Tu das. Ja, wir müssen hier unser Moped reparieren. Da war ich wirklich ein bisschen zu engagiert. Engagiert. Und dass sie irgendwo... Mein Gott. Reparieren. Das ist alles so weit weg. Das ist blöd. Ich glaube, ich muss das erst reparieren. Wie komme ich denn hier hoch? Oh. Oh. Ich glaube, das ist nicht vorgesehen, da auch wieder hochzukommen, oder? Doch. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa zwei Stunden. Boah, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. Vor allem ärgerlich, weil das Schind weg war. Und ich habe es trotzdem einfach drauf ankommen lassen. Hatten mehrere Leute vor, sich hier anzusiedeln? Ja, also der Planet ist jetzt nicht unbedingt geeignet. Oh, da hinten müssen wir hin. Ich sehe schon Lichter. Hier zu siedeln, oder? Aber wir können auch erst mal ganz geradeaus fahren. Ich weiß. Aber es liegt auf dem Weg. Also das liegt definitiv auf dem Weg. Was ist das hier? Abbauzone. Ja, interessiert mich jetzt gerade nicht so. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Oh, hier ist gut. Wie war das nochmal backward ohne Rhype? Die Roka besiegen? Wo sind sie denn? Noch da. Das war's. Gute Arbeit. Wieso haben uns diese Angare angegriffen? Pathfinder. Ich habe in der Nähe ein Datenpad geordnet. Einige Nachricht übersetzt aus dem Schillisch. Ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferung soll noch heute stattfinden. Also sputen Sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich muss Sie an Noah zur Diskretion mahnen. Sie dürfen niemanden von Ihrer Mission erzählen. Wenn Ephra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. Wir müssen so lange wie möglich um den Markt weitermachen. Möge der Himmel Sie leiten. Axul. Sehr gut. Problem gelöst. Ja, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. So, nächster Stopp ist dann hier, ne? Hyjara. Die Cat-Basis. Wo ist die Cat-Basis eigentlich? Die Missionspunkte kann ich hier gar nicht sehen. Ein Standort für den Außenposten. ernsthaft hier wir sollten uns schon eher erst um die basis da kümmern naja also definitiv jetzt erstmal noch mit jahren nach punkt ist gesetzt sie können mit ihrem abbauinterface mineralien extrahieren aber die kettbasis dahinten sieht schon richtig groß aus ich wette da drin sind das finden wir raus aber die szenerie ist richtig cool aber das in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche euch eine gute nacht einen schönen tag und bis zum nächsten mal tschüss